Wir sind bei Siemens und bei Siemens wird es in diesem Jahr interaktiv. Herr Paulsen, was haben Sie mitgebracht? Wir haben heute Connectivity von Siemens und wir können zum Beispiel von unterwegs schauen, was in unserem Kühlschrank ist. Also Sie können den Kühlschrank einfach mal aufmachen. Schauen Sie mal rein. Okay, aber was machen wir jetzt, wenn Sie nicht da sind? Dann haben wir die Möglichkeit, auf unserem iPad das Ganze direkt anzuzahlen. Ach, da bin ich ja drauf. Ja, ganz genau. Wir sehen also den Kühlschrank. Richtig, und wir sehen, was dort drin ist. Wir können uns darüber hinaus Rezeptvorschläge machen lassen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir möchten irgendetwas mit Eiern kochen, dann lassen wir uns entsprechende Rezepte vorschlagen, suchen welche aus von denen, die dort angeboten werden. Wir nehmen zum Beispiel hier die Tomatenquiche, kriegen das Rezept Stück für Stück vorgezeigt, wie es gemacht wird. Wir können die Einstellung für den Backofen entsprechend übertragen. Wir können uns aber auch eine entsprechende Einkaufsliste erstellen lassen, sodass wir sehen, was wir benötigen und was entsprechend noch eingekauft wird. Das heißt, das Gerät erkennt direkt, was im Kühlschrank drin war und was man nicht mal einkaufen muss, ist durchgestrichen. Ganz genau so ist das. Und das bekomme ich auch auf mein iPhone, damit ich das im Supermarkt kontrollieren kann. Was gibt es sonst noch an Connectivity? Naja, wenn wir dann weitermachen, gucken wir uns zum Beispiel mal die Spülmaschine an, die wir entsprechend auch steuern können über das iPad, um es vorzubereiten. Oder auch, um günstige Tarife rauszufinden von den Stromkosten her. Und schließlich, wenn wir das Geschirr oft genug gespült haben und mal das Salz nachfüllen müssen, haben wir Augmented Reality Anwendungen, die zeigen, wie das nachgefüllt wird. Ich muss also nicht mehr in der Bedienungsanleitung gucken, sondern wir haben bei Siebelins eine Möglichkeit gefunden, das super einfach dazuspülen. Wir halten jetzt das iPad davor und sehen dann direkt, wie der Behälter geöffnet wird, wie der Einfülltrichter dort platziert wird und wie dann das Salz dort nachgefüllt wird. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, ganz einfach. Viele Neuigkeiten bei Siemens. Kommen Sie einfach mal vorbei in der Halle 5.2.